Grüß Eng, ich bin die Marianne Gruber von der Rötzingerhütten auf der Viehbergalm bei Gröbming. Ich bin da schon 20 Jahre Sennerin und mache eben den Entstaller Steirerkas von unserer Almmilch. Da haben wir Tiere da, die werden gemulchen und der Entstaller Steirerkas ist eben das traditionelle Produkt unserer Region, das schon seit Jahrhunderten da produziert wird. Die Rezepte werden immer weitergegeben von Generation zu Generation. Die Entstaller Steirerkas ist ein geschützter Ursprung seit zwei Jahren. Wir haben das in Brüssel eingereicht und europaweit gibt es keine Kasserei, die so einen erzeugen kann und auch nicht verkaufen dürfen. Grüß euch, ich bin die Kathi, ich komme aus dem Allgäu und ich bin hier die Jungsennerin. Ich schaffe daheim in der Käserei und wir haben leider im Allgäu keinen Steirerkas. Deswegen schätze ich es umso mehr, dass ich den Sommer in den Steirerkas verbringen darf und jeden Tag einen Steirerkas essen kann. Der Entstaller Steirerkas ist ein bröseliger Urkäse, der einzig bröselige aus Magermilch und wird verwendet auf Butterbrot und eben in die Entstaller Kropfen rein oder auf Kassnuckern. Da kommt die Zaufer auf die Alm zu mir. Es ist ein schöner Wanderweg auf und herum. Da kann man auch noch wandern, zu mir ist das Bundsee. Ich freue mich auf ihn. Kommt zu uns! Jürgen